bereits letztes jahr hat huawei sein neues flagship vorgestellt das p50 pro eigentlich dachte man das bleibt in china und kommt wegen des technologieembargos gar nicht erst in andere teile der welt aber huawei hat sich anders entschieden und wir schauen uns das gerät jetzt gemeinsam an willkommen beim pct unboxing wir machen das hier mal auf weisse verpackung explore on app gallery wie man ja weiß kein google play store dabei wegen des embargoes und gleich schon zu beginn haben hier das objekt der begierde damit beginnt schon mal gleich packt es hier aus man sieht hier schon das 6,6 zoll display auf der vorderseite und hier diese relativ großen eingelassenen kameras diese linsen einen großen teil der rückseite ausmachen und hier ziemlich fingerabdruck anfällig die spiegelnde rückseite dann haben wir hier ein merkblatt hier zeigt uns huawei eben dieses paddle search wo man absuchen kann genau wie bei der app gallery bei paddle search sind diese sogenannten apk das heißt die apps die aufgrund des embargoes nicht in der app gallery sein dürfen findet man hier und phone clone um die software zu übertragen dann haben wir hier natürlich den sim opener den brauchen wir im moment nicht und hier liefert uns huawei neben ein paar anleitungen auch gleich eine hülle mit von haus aus das ist jetzt ein bisschen entgegen dem aktuellen sustainability dem nachhaltigkeit trennt diese plastikhülle aber es ist doch eigentlich ein recht nicer service das verhindert dann auch schon gleich die fingerabdrücke hier haben wir den charger das lädt mit 66 watt hier auch um mantelt hier sieht man 66 watt und last but not least natürlich auch das kabel usb type c auf usb type a wichtig hier man sieht diese orange applikation die 66 watt ladestärke funktioniert nur mit diesem kabel das war das unboxing des huawei p50 pro wenn euch das video gefallen hat lasst daumen hoch da klickt in die mitte um den channel zu abonnieren links und rechts findet jetzt noch weitere videos von unserem channel schaut sie euch an wenn ihr mögt wir sehen uns bis dann